Ich habe andere Befehle. Gut, dann muss ich dein hässliches Gesicht sehen. Wir werden dich in Städt gehacken! Der Hauptmann hat zusätzliches Waffentraining angeordnet. Verfluchtes Training! Zum Hänkern am Hänken, wir müssen endlich etwas freusten. Ergibt dich! Kleines Insekt! Du siehst erbärmlich aus! Zeit für dich! Rennt um euer Leben! Rennt! Leben endet. ọcredin, maldott! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Na gut. Ich bin bereit. Öffnet den Käfig! Was ist los? Ich habe euch eine gute Ecke zurückgelegt. Die Menschen abschaum! Du bist letztes Mal abgehauen. Wenn ich dir die Füße abhacke, ist es damit endgültig vorbei. Bring mir es! So kämpft! Zurück mit dir, Nerds! Jetzt tut! Haltet euch den Rösten vor, wenn ihr eure Köpfe beeinträchtigt! Nicht eins! Schick dich! Genug! Tja! Stürzt euch auf ihn! Steig dich! Pass auf, Nerds! Blink dir Finger! Wir werden dich zerfetzen! Geh! Geh! Geh. Geh! Geh. 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 Teufel, die Geta wie sie ist. Dann will ich den Käfig aus....gründen? Was ist das? Das hört sich nicht gut an. Mein Monster ist gegenüber. Besorgt mir noch eins, oder ich nehme einen von euch. Mein Bursche! Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder ein wenig freundlicher wäre. Meinst du nicht? Nein! Oh Oh my God. Ich zeig meinen Uruks, wie man mit einem Narren wie dir umgeht. Meine Truppe lacht noch lange über deinen Tod. Erschlägt alle Verräter! Erschlägt alle Verräter! Erschlägt alle Verräter! Farah! Ja! Ja! Du! 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 Das ist eine Herausforderung! Dieser wird schwieriger zu töten sein als der Rest. Scheiße, Schluss mit dem Gehüpfe! Hörst du denn nie zu? Alle auf ihn! Du bist erledigt! Versuchst du es schon wieder? Ah, näher mich! Ich bin keine leichte Beute! Geh! Ach! 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 Ah! 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 Fleisch und Krog für alle Uruks! Trinkt! Die Dreckung ist wie ein Krog! Das... habt ihr das gehört? Ich hab den Dreck gegen Tautos. Ich fall dir auf! Und ich! Geh durch! Geh durch! Ah! 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 Bleib da! Pech gehabt! Entweder ist der Grok schuld, oder ich freue mich überhaupt nicht, dich zu sehen. Du bist am Weg! Scheiße, nein! Für ein paar Kärchen! Zappel nicht doch! Du wirst dich nie kommen sehen! Nochmal! Lenk ihn auf den Boden hoch! Wie putzig! Du hast es wieder besucht! Du wirst mir! Wir schleifen hoch! Nicht bewegen! Ruff! Ruff! Die Arbeit! Jeb! Sieb! 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 Geh! Tötet den Sark! Tötet den Sark! Tötet den Sark! Tötet den Sark! Sark! Ja! Oh ich... Ja! Der wilde Grabwandel ist! indu ist die war zusammen gekommen einer seiner Scherven er ist gekommen um uns zu jagen Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor, heute Nacht. Oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erwin, es ist Zeit. Lebe wohl, mein Freund. Und die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesagt. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Nun, bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Der Kaltläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Trete zurück und lärm die Kunst des Mordens. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Tötet ihn, ihr nichtsnutziger Haufen Augs. Beinläufer, Zeit zum Sterben. Jetzt steile ich dich aus. Ich zeige dir, was wahres ist. Ich zeige dir, was wahres ist. So kann die Arbeit, ihr Maden. Geht schon. Ich zeige dir, was ich zu tun habe. Du bist mit der Säge. Das ist mit dem Weg. Du bist mit dem Weg. Ich zeige dir, was wir in den Weg bringen. Du kannst nicht machen. Ich zeige dir, was wir Manufacturer sind. Ich zeige dir, was wir in den Weg bringen. Zurück in die Erde, Klappwandler! Ich zeige dir was war, Läufer! Zeit zu sterben! Fügt ihm nun den Todesstoß zu und beweist mir euren Wert! Abschau! So, ist das alles, was du kannst, Klappwandler? Ich zeige dir was wahre Schmerzen sind! Schlag ihn nieder! Lande! Der Dunkelrascher wird absiegen! Wie schmeckt dir deine Rache, Tharion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Dann handeln wir mir als vorschnell. Wir hätten noch viele erfahren können. Er hat meine gesamte Familie vor meinen Augen ermordet. Was hättest du getan? Sprichst du auch mit den Lebenden? Oder bloß mit den Toten? Wer bist du? Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nurnenmeer. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Hier bist du. Nun, Litariel vom Nurnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünschte ich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Nurnen ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Genau. Das war's. Oh, oh, oh. Sauft euch hagelvoll! Ich werde das tun! Die Häuptlinge sorgen besser für genügend Wachen. Er kann auch von der Habe die umgehen. Los! Totwandler! Sieht aus, als hätten wir ein neues Hauptgericht, Jungs. Jawoll, Leute! Hältet ihn! Sie haben eine Karte! Sie müssen dann einlaufen! Da ist das hier in den Spanen! Zeit für eine Beförderung! Ich mach dich fertig! Jeder weitere Schritt bedeutet einen Fallschrieb mehr! Dann zeig mal, was du von Schmerz! Idiot! Jetzt fache deinen Kopf! Du kannst uns nicht alle! Menschenabzug! Wie viel Kampfeswille hast du noch? Genug, dass ich noch etwas Spaß haben kann? Sie sind! Sie sind! Die Befehlung! Das war's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020